Ja, hallo Leute, hier wieder euer Tozo mit einer neuen Playlist, nämlich Skyrim und Let's Read. Ich habe mich entschlossen, diese Playlist zu erstellen, da diese Bücher ziemlich umfangreich sind und da einiges an Zeit drauf geht. Ich will sie jetzt nicht mit den Hauptquests dann hochladen. Ihr könnt euch in dieser Playlist dann die ganzen Bücher separat, Clip für Clip anschauen und anhören. Und ich hoffe, ihr habt damit Spaß, für die, die es interessiert und die anderen, da bleiben halt auf der Playlist einfach für den Mainfest. Okay Leute, viel Spaß und einen schönen Abend noch, euer Tozo.